Sehr geehrter Herr Prof. Strohschneider, sehr geehrter Prof. Hacker, liebe Bundesministerin und Sachsen-Anhalterin, Prof. Wanka, liebe Johanna, sehr geehrte Frau Senatorin Prof. Quante Brandt, sehr geehrte Frau Stange, lieber Herr Willingmann, Herr Oberbürgermeister, verehrte Bundestags- und Landtagsabgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Preis. Sie sind Multiphysikerin, bei mir hat es nur zur Monophysik gereicht, deswegen umso größeren Respekt vor dem, was ich heute nach so vielen Jahren Abstand zu meinem Studium wahrscheinlich gar nicht mehr verstehen würde. Nicht deswegen bin ich in die Politik gegangen, aber man kann durchaus auch Physik da ganz gut gebrauchen. Ich werde zumindest den heutigen Abend und Ihre hervorragende Auszeichnung, sehr geehrte Frau Nestler, dazu nutzen und dafür nutzen, nachzuarbeiten, damit ich auch verstehe, wofür Sie das alles bekommen haben. Teile haben wir ja schon hier erlebt, man kann sich auch vieles vorstellen, aber es ist eine große Freude, dass das hier in Halle, in Sachsen-Anhalt passiert ist und dass Sie zu Recht diesen Preis heute hier entgegennehmen konnten. Ich begrüße Sie ganz herzlich, auch gemeinsam mit dem Wissenschaftsminister hier in Sachsen-Anhalt, in der wunderbaren Leopoldina, auf die wir stolz sind und die seit 1878 hier schon ihren Sitz hat. Sie ist ja älter, wie wir wissen. Diese Nationale Akademie hat aber, denke ich mal, zu Recht auch eine Symbolbedeutung für uns alle, denn sie war eine der wenigen Institutionen, die auch über den Eisernen Vorhang und die Spaltung Deutschlands hinweg diese Kulturnation und Wissenschaftsnation Deutschland zusammengehalten hat. Und deswegen ist es auch wichtig, an dieser Stelle Ihnen als Vertreterinnen und Vertreter der Deutschen Forschungsgemeinschaft dafür zu danken, dass Sie oder diejenigen, die sozusagen in den Stapfen vor Ihnen wissenschaftlich unterwegs waren, auch dieses mit aufrecht erhalten haben und dafür gesorgt haben, dass es dann einen Neustart mit der Wiedervereinigung auch geben konnte, als Nation mit dieser Nationalen Akademie auch an diesem Standort und dass wir heute sagen können, dass wir wissenschaftlich zusammengewachsen sind, dass wir sehr gut von allen Programmen und Förderungen und auch wissenschaftlichen und politischen Begleitungen partizipiert haben, auch gerade in den neuen Bundesländern. Wir wären längst nicht so weit und hätten das nicht vorzuweisen, was wir heute Ihnen auch präsentieren können. Allein 500 internationale Kooperationen unserer Universitäten und Hochschulen weltweit sind dadurch auch möglich gewesen und sind auch die ganzen Jahre hinweg entsprechend von Ihnen auch flankiert worden. Sie waren das letzte Mal, lieber Herr Strohschneider, 1993 in Halle mit der Jahrestagung und es hat 24 Jahre gedauert, dass Sie jetzt wieder hier sind. Darüber freuen wir uns auch. Damals hatten wir diese wunderbare Einrichtung noch nicht hier und ich denke, wer das hier alles auch für sich erschlossen hat, der weiß, dass diese Entscheidung richtig war und gut war und dass wir auch seitens des Landes mit dem Bund gemeinsam dafür gesorgt haben, dass die Leopoldina hier einen richtigen Standort hat und sich hier wohlfühlen kann. Professor Hacker hat es ja schon bestätigt. Ich möchte vielleicht in meinem Grußwort nur noch darauf hinweisen, dass wir in der Politik auf ihre dauerhafte Begleitung angewiesen sind und auch angewiesen bleiben. Jeder hat sein Feld. Wir sind ja im 500. Jahr der Reformation und wir kennen auch die Zwei-Regimenter-Lehre oder die Zwei-Reiche-Lehre Martin Luthers, sodass es also durchaus auch die beiden Ethiken gibt in der Verantwortung, aber auch in den Grundlagen einer Weltanschauung, diese miteinander auch verbunden bleiben. Aber jeder sozusagen in seinem Zuständigkeitsbereich natürlich die Federführung hat, aber man ist aufeinander verwiesen. Sie, was die Setzung politischer Rahmenbedingungen anbelangt, damit Freiheit von Forschung und Lehre, so wie es im Grundgesetz steht, auch wirklich dauerhaft praktizierbar ist und bleibt, dass das nicht selbstverständlich ist, das können wir jeden Abend in den Nachrichten sehen oder weltweit auf diesem Globus abgreifen als Information. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir auch Politikberatung benötigen, gerade in den Bereichen, wo es um Innovation, Zukunft, Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit geht. Zwar alles Schlagworte, die sehr abstrakt klingen, aber wenn man dann vor einem Landes- oder Bundeshaushalt, wie das bei Johanna Wanker der Fall ist, sitzt und die Schwerpunkte setzen muss, im Sinne auch der begrenzten Ressourcen und der richtigen Einsatzmöglichkeit für die Möglichkeiten, die wir haben, die der Steuerzahler ja auch mit harter Arbeit erarbeitet und erwartet, dass da eine Rendite rüberkommt, dann weiß man, dass wir natürlich an den Ergebnissen gemessen werden, dass aber in diesem Zusammenhang Grundlagenforschung und auch diese Freiheit von Forschung und Lehre eben Voraussetzung dafür ist, dass dann auch angewandte Forschung erfolgreich ist und möglichst auch viel zum Wohlstand und zum entsprechenden Entwickeln einer Gesellschaft beitragen kann. Und deswegen danke ich bei all oder für all die Dinge, die Sie auch für das Land Sachsen-Anhalt, auch für die anderen Bundesländer, in Teilen sprechen ja noch die Kolleginnen und Kollegen aus den jeweiligen Landesregierungen, Ihre Grußwörter, aber ich kann das schon stellvertretend sagen, Dankeschön für das, was Sie beitragen an der Entwicklung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und wir wissen gerade in Zeiten wie jetzt, dass wir deswegen auch nicht nur aufeinander angewiesen sind, dass wir das bewältigen, was an Komplexität auf uns zukommt, sondern dass wir uns auch gegenseitig stärken müssen bei den Entscheidungsprozessen, die nicht immer einfach sind, aber wo wir zumindest mit einer wissenschaftlichen Schwerpunktsetzung beziehungsweise Richtigkeit, was die erwarteten Effekte anbelangt, uns auf einem guten gemeinsamen Wege fühlen müssen. Ansonsten, wenn Sie noch einen guten Ausklang für diese Wissenschaftswoche haben wollen in Sachsen-Anhalt, ich kann Ihnen unter anderem nicht nur Geburts- und Sterbeort Martin Lothars in Eisleben oder seinen Schulort in Mansfeld und in Magdeburg empfehlen, sondern auch die große Weltausstellung, die in der Lotharstadt Wittenberg derzeit stattfindet, die nationale Ausstellung 95 Schätze, 95 Menschen, wo gerade bei den 95 Menschen Personen mehrheitlich aus der Wissenschaft zum Zuge kommen, die in ihrer Rezeption und Auseinandersetzung mit der Reformation und mit Martin Luther auch ihre wissenschaftliche Bestärkung in ihrem Leben gefunden haben, so unter anderem auch Lise Meitner. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, eine gute Jahrestagung, alles Gute und warten Sie nicht wieder 24 Jahre, bis Sie hierher zu uns kommen. Dankeschön. Applaus 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 Applaus